Wie war das so, dass ich in einem Loch laden muss? Ja... Das war schwer. Ja... Herzlich Willkommen zu der letzten Folge Wildrupper auf meinem Kanal. Äh, hab ich irgendwo... Ne... Ähm, ich werde jetzt suchen... Ich werde einen Ausgang suchen, ob ich hier irgendwo mal rauskomme. Aber... Ich... Bin irgendwie total hoffnungslos gerade. Weil ich einfach nicht weiß, wo ich langen muss. Und wenn ich noch... Wenn ich noch die 140 Tode erreichen sollte... Werde ich... Ja, wenn ich noch die 140 Tode erreichen sollte... Werde ich abbrechen und im Kreativmodus zurück zu dem Game-Overscreen fliegen. Übrigens, Luke Croft ist ja supergut bei euch angekommen. Nicht, weil Luke etwas laut war. Wir werden auch gleich Luke Croft aufnehmen, wenn ich fertig bin mit der Aufnahme. Ähm... Ja, und dann... Wird... Werde ich ihm beiflichten, dass er nicht so laut sein soll. Okay, 138 Tode. Soll ich vielleicht irgendwas mit den Betten machen? Soll ich vielleicht irgendwas mit den Betten machen? Oh man, ja... Also... Also... Ich kann auch hier so... Ne, von hier bin ich doch gekommen, oder? Ja... Ja... Ich habe auch... Zweifelsvoll... Nach einem 100% Let's Play von der Dropper... Karte gesucht. Habe aber nichts gefunden. Da ist schon mal nichts hinter. Ich werde jetzt auch mal Blöcke abbauen. Einfach... aus Prinzip... Ne, also... Das ist hoffnungslos. Ich werde das Level hier jetzt abbrechen. Ich habe übrigens bei der letzten Dropper-Folge vergessen... Ähm... Hintergrundmusik hinterzuschreiben, tut mir leid... Tut mir leid... Aber tier ist halt so. Ich bin nicht hinhergekommen. Und da, ne? Ach, das ist gern kein Bücherregal. Alles ist um zu ne... Kommodo oder so. Kann ich hier hoch? Öh... Hm... Sehr interessant. So... Alles klar, Rukowski. Das heißt, ich werde jetzt... Unterspringen und... Ich werde auch voraussichtlich die zweite Dropper-Map nicht schlöpfen. So, ich wollte gerade fast die Aufnahme stoppen. Hm... Fly... Was ist denn bitte schon a fly in the house? Ein Fliege im Haus. Ich falle... Oh! Welcome in the copy-past of my other map, a fly in the house. I decree. This map is a reconstruction of all the house levels. This map... One... Mycroft Top 5 creations, but was stolen by... Ja, nixer. Go back. Hier kann ich... Natürlich... Back... Go... Hier gibt's Lohn und Push of Night Wisions. Kann ich auf jeden Fall... Ja, ich muss drauf. Okay. Also nur so zum Armin kusten. Okay, geil, das leckt. Wow. Das ist komisch, das gerade deckt. Auf dem Server... Ach so, und in den letzten Videos hat es... komischerweise gelegt. Es tut mir auch leid. Hä, es ist ja noch nicht an den Dropper... An den Dropper... An den Dropper... Ich hab mir gerade jemand geschrieben. Os! Was ist das denn? Da ist ein Schlüsselloch. NEIN! Nein, 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 nein. Ich schaff das! Ich schaff das. Jaaa... Alter, wie leck das, bitteschön. Es tut mir echt leid, ich weiß nicht, woran ziehen kann. Vielleicht in der Einflug ziehen. Scheiße. Nein! Nein! So, da bin ich wieder. Wo muss ich lang? Ähm, da oben. Jo, gibt's noch irgendwas von meiner Seite zu erzählen? Ich suche gerade nach Themen, um ehrlich zu sein. Ah, hier, dank so. Wunderschön. Hallo? So. Okay, geil. Okay. Okay. Ähm. Dann nehme ich mir noch schnell dieses Xperia-Mental-Level hier. Uuuuh! Alte, Scheiße! Irgendwie...